Ich komm zurück zu Trublin-Turin-Town Trasher ist es, Trasher ist es, Trasher ist es, sei ruhig, End, Trasher ist es Trasher ist es, er ist tot Trasher ist, Trasher ist es, er ist tot WTF, den hat kaum angefangen Trasher hat Zeit umgebracht, kaltblütig hat er Zeit umgebracht Aja, Sartex hinter mir End hinter mir Einer von den beiden muss es sein Ach, Andi ist verrundet hier Nein! Alter, was? Was? Angst, Alter Mein zweiter Schuss war voll drauf, ey Das ist doch ein Witz Lalalalalala Die Runde ging, glaube ich, keine 20 Sekunden Alter, ganz im Ernst, weißt du, beide stehen und gucken einfach die Leichen an Ja Aber du hast mich noch übel zu überraschen Du hast mich Gott sei Dank nicht gemacht Der zweite Schuss war eigentlich auch voll drauf, aber Naja, Spielfeld Wie verweht läufst du denn hier durch die Gegend, Andi? Ich war mir ja so ein Musil, wie ich ihn bei Seidel da mal gemacht habe Hier gibt's viel zu sehen Wo ist denn die geile Waffenkammer? Ah, hier ist es, ich bin bei einer scheiß Waffenkammer Ich bin bei einer scheiß Waffenkammer Ich bin bei einer scheiß Waffenkammer Ah, Waffen Ich weiß, wo ich da hin musste, ich hab gar keine Waffen Verlaufen ist ja nicht schwierig Was? Ich hab dich erst schon aufgeregt, dass du direkt gestorben bist Nee, ich bin wieder bei den Betten Bin bei Sorg Ja, ich bin bei Andi Andi in der Waffenkammer Ja, ich bin auch bei einer Waffenkammer Ich bin auch bei einer Waffenkammer Doch, hier gibt's Waffen Hier ist Seidel, ne? Ja, hier sind so die scheiß Waffen halt Ich bin noch die Waffenkammer gefunden Gürgeltsch noch lang, Mama Okay dann Ich bin Arschloch Die Technik hat keine Chance gegen mich Da ist Wieder im Swinger hier Gut, dass ich nicht weiß, wo ich bin Alles versammelt sich im bisschen Die Technik hat keine Chance gegen mich Ich hasse den Swinger Geh mal weg Andi ist hier Woah, Xartex hat geschossen Hier aufm Boden Hier sind Seidel Xartex hat im Boden gelaufen Ah, hier ist Sorg Sorg, 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 Sorg Sorg, Sorg Andi, hast du gerade versucht auf mich zu schießen Nein Boah, Alter, hast du in den Raum Ich hab geschossen und Xartex hat kurzzeitig auch geschossen Achso Wir waren beide aufm Boden Sorg, 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 Sorg Alter Sorg, Sorg Gut, dann geh halt nicht mehr auf diese Hälfte Sorg, Sorg Ich bin hier in meiner Chill-Out Xartex hat grad in die Decke geschossen Alter, die ganzen guten Matten wurden hier schon weggenommen Xartex hat Wer hat wen weggemacht jetzt? Noch so'n Waffenraum Andi? 2 Waffenräume gibt's hier Was ist los? Ich wollte immer bis dort noch lebt Achso Da ist ne Kamera Ja, ich guck grad auf mein Fernseher hier Der ist curved, guck mal Wollte man hier nicht Hier hat einer weggemacht What? Mit einer Flinte Was? Hier sind Crasher und Seidel in einem Baum Hier ist gestorben, glaub ich Oder einer hat einfach nur in der Luft rumgeballert Oh ja! Oh Andi? Ja Andi kam grad hier raus Andi, Andi ist es Und? Andi, ich hab Andi gemacht Und? Wer? Du hast noch den... Ich hab grad Andi gemacht, weil er's wo... Und du hast doch noch den... Ach, ich Idiot, ey Ach... Ach... Ja komm, sorg, mein Freund Ja Ah, ich war schon hinter der Wand Interpel Ne... Und ich gewartet hab, dass du dich identifizierst Ja, ich war aber schon ein bisschen lang Woll, die Schrotflinte Ne Hab ich gesagt, bleib von mir weg Ach, ich hab schon... Da hab ich auch gesagt, war's erstmal bis der identifiziert ist Aber du bist ja auch grad einfach reingestört und hast gesagt Ja, da war ich aber Traitor Ja, ja Du bist aus dem Raum raus, hast den erschossen und kommst dann bei Andi, Sorg Ich bin in der Kantine Alter, diese Tische Ich komm zur Kantine Ich bin wieder aus der Kantine raus, ich weiß auch nicht in welche Richtung Ich bin in der Kantine Warte, ich komm zu dir, ich komm zu dir Ich bin in nem Gang Ich bin in nem Gang ori Ja, klar kennt man Klar kennt man den Ja, denn Andi Und die andi Aber da ist er... Die Map sieht halt komplett anders aus Oh, ich bin ja da Schaltzentrale hier Guck mal, das ist mein Curve-Fernseher Noch größer Ja noch größer Drei Drei Teiliger Curve-Fernseher Oh, dann kannst du ja sehen wir gar nicht, was passiert Ja, der eine da ist aber ein bisschen komisch Boah, krass. Hallo, Andi! And, And, And. Okay. Ja, Andi? Sartex ist bei mir. Ich hab geschossen. Sartex war bei mir. Sartex ist bei mir. Ist, aber gut, Andi ist weg von mir. Wow! Sartex? Sartex? ALTER! Ja. And, 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 and. Ist es, wer, wer ist es, And? Ja. And ist es, okay. Böser And. Ich komm vor ihm eben. Ich hab End gemacht. Okay. Ähm. Sartex ist bei mir. Wenn ich tot bin. Ich hätt' dich ganz einfach töten können. Ich hätt' dich ganz einfach töten können. Andi, ich hätt' dich töten können. Sartex, geh einfach weg, Sartex. Geh jetzt aus dem Raum raus. 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 Er ist ein großer Raum. Sartex ist weg. Ja, reicht doch. Ganz ruhig bleiben. Ich hätt' dich schon töten können. Könnte Sartex sein, Crasher? Nein, ich bin es aber nicht. Ich hab auf End geschossen. Nein, Sartex ist es nicht. Ich hätt' dich nicht töten können. Ich bin's aber nicht. Ja, ich bin die ganze Zeit hinter dir gelaufen. Ich hätt' dich umbringen können. Ich hab End getötet. Ja, gut. Dann ist es Sartex oder Sartex. Ja, dann ist es Sartex. Ich hätt' Andy töten können. Ich hätt' Andy töten können. Ja, er hat Mist auf End geschossen. Er hat sogar ein erstes auf End geschossen. Okay, dann öffentliche Meldung. Es ist Sorg. Es ist öffentliche Meldung. Wir sind's ja nicht in der Verwaltung. Ja, nur, damit's jetzt alle wissen, es ist Sorg. Ja, zum Glück hab' ich letzte Runde auch den Traitor-Kollegen gekillt. Ja, du brauchst nichts mehr abzustreiten. Ja, okay. Mach' ich nicht. Kein Problem. Du könnt' Andy auch schon dreimal töten können. Du kannst es doch nur sein. Denk doch mal logisch, Sorg. Ja, ne. Er braucht ja nicht logisch. Ja, richtig. Wenn der Recher End getötet hat und Sartex mit drauf geschossen hat, dann kannst ja nur noch du sein. Ja, und du wüsst' es halt nicht, ist klar. Ja, ich bin's auch nicht, weil ich weiß ja, dass ich's nicht bin. Ja, wow, ich weiß auch, dass ich's nicht bin, weißt du. Wenn wir wieder so vorgehen... ...und zu tun wäre, das wäre total bescheuert. Also bist du es. Woher wissen wir eigentlich, dass Andy es nicht ist? Im Treppenhaus. Es ist lächerlich, Sorg. Ja, es ist lächerlich, natürlich. Ja. Lächerlich, lächerlich, nennst du das? Genau. Ich baller dich weg, wenn ich dich sehe. Ja, da hab ich hier kein Problem mit. Man hat doch keine Anhaltspunkte. Wieso soll ich mich vorbei? Ja, damit der Tracker mich holen kann. TORK! Ja, ist klar. Wer war's? Wer war's? Hab ich mich abschrocken, TORK! Andy wieder, ey. Wer war's denn jetzt? Andi ist der Weg! Wer war's denn jetzt? Wer war's denn jetzt? War's TORK? Jaaa! Ja, wusste ich. War doch easy. Ja, wusste... Alter, wie Crasher halt einfach mir Death is und mir direkt dahin gedrückt hat, ey. Ich glaub's auch. Boah, ich hab keine Munition mehr, sonst hätt ich Sartex auch noch direkt weggemacht. Boah, hab ich sauer schrocken. Ich hab's aber nicht die Gegend. Und auf einmal... Ja, ich hab damit nicht gerechnet. Aber wie geil, wie... Aber wir haben mich einfach direkt umhaut, ey. Alter. Mit allem gerechnet, aber nicht das N von hinten. Wir sollten echt Slender mal spielen und mit... Ja, wir sollten echt mal Slender spielen. Zeit ist... Schreiten wir nicht. Ich schreie nicht. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Alter! Ich hab nur geschossen. Ich hab nicht mal ne Waffe. Trasher. Und mein größter Schreiber wegen Schmerzen. Denkst du, das würde mich davon abhalten, dich zu töten? Nein, eben. Aber ich wollte nur sagen, dass du es bist. Ich bin hinter Andi die ganze Zeit schon. Na, Andi. Hallo, Zeidel. Na, Andi. Genauso wie du. Keine Waffe. Machen wir das hier. And hat geschossen. Ja, And hat geschossen. And, 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 and. Andi singt nicht. Soll ich mal sagen, denn ich finde das Reto. Ey, das ist mein Fernseher. Mein Kopffernseher. Ey, das ist mein Fernseher. Äh, Zeidel hast du grad geschossen? Nein. Ich hab geschossen aus Versehen. Neuste Technik. Doch, gibt's hier keine vernünftige Waffe, ey. Das ist mein ganzer Stolz. Wo ist denn der gute Waffenraum? Er hat zwar nicht so eine gute Auflösung, wenn ich da drauf gucke, aber scheiß drauf. Ach, hier ist der gute Waffenraum. Der gute Waffenraum. Der Waffelraum. Der Waffelraum. Ja, Waffelraum. Ich hab so richtig Bock auf Wassermelone. Wassermelone, what the fuck? Ja, ihr nicht? Ähm. Auf Waffelmelone? Was soll das, And, Soak? Was soll das, And, Soak? Was willst du denn? Nein, 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 nein. Okay. Ich hab wieder mal keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaub, ich hab... Genau so geht's wie immer. And hat ja nie Ahnung, wo er ist. Aber zum Gewinn ich immer die Runden. Mysteriös. Wow! Oh! Bin bei End. Oh, über dir ist Seidel. Pass auf. Oh Gott. Also könnt ihr mich mal zu ner Waffen, äh... Da ist ne Waffenkammer, geh grad auf. Aber das ist die billige, ne? Ja, da ist vor allem keine Waffe mehr. Follow me. Follow me. Ich weiß aber nicht, wo die andere ist. Die ist hier irgendwo auch in der Nähe, aber... Follow me, hier sind vier Leute. Das ist echt gefährlich. Follow me. Wieso hast du denn ne Pistole in der Hand? Weil ich auch noch ne Schrott hab. Hallo Andi, warum hast du ne Pistole? Hier links. Und hier direkt. Bleib weg, Seidel! Kein Ruhr. Ist hier noch ne Flinte? Weißt du? Meiner. Nee. Nee. Korvette Fernseher. Okay, wer mich findet, ist Strator. Wer hat das gesagt? Kann ich nur so sagen. Was? Ich bin ja exotisch. Das Problem ist, schließt auch nicht so Munition. Ach da. Ja, ich balle hier immer nur Einzelschuss ab. Ne, komm schon. Hallo! Hallo Andi! Hä? Ich bin nach hier. Ich bin nach hier. Das ist ja letztes Mal so böse, glaub ich. Ich hab da noch keine Erinnerung gesehen. Ich hab da noch keine Erinnerung gesehen. Äh. Der what the fuck da... Äh. Hier ist ein Turm, der hat auf mich geschossen. What the fuck. What the fuck, da schieß ein Turm auf mich. Äh. In irgendeinem Waffenraum ist ein Turm. Ja, ich bin hier interessant. Leine. 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 Also im unteren Waffenraum ist ein Turm. Hier ist der Waffenraum. Ja, weiß. Da war ich doch gerade drinnen. Ach so. War für mich selber nochmal so ne Überzeugung. Ja, hat man gemerkt. Äh. Hallo? Ich freu mich halt, wenn ich Ziele erreiche. Und du crashst auch gerne, wenn du... Ah, Crash... Was? Crash hat... Xatex. Xatex. Da ist es. Gott. Habt ihr gehört? Okay, ich habe einen Crash gefunden. Und Crash ist tot. Wunderbar. Hast du ihn gemacht? Crash war halt Traitor. Ne, ich hab nicht gemacht. Keine Ahnung wer das war. Wer hat ihn denn gemacht? Wieso identifizierst du denn hier nicht die Leiche? Hab ich doch gerade. Die andere auch noch. Ach so. Andi! Ja, Xatex wurde... Okay. Wer ist noch da? Andy ist es. Dann. Oh, das ist aber schade. Irgend, ne? Kaufst du den Radar, dann kommst du mal her. Soll ich dich mal besuchen kommen? Ja, fände ich gut. Ich mag besuchen. Okay. Aber es sind noch zwei am Leben, oder? Ja, du und ich. Also zumindest sind hier zwei grüne Punkte auf der Map. Ah, die eine, okay. Der eine wird gleich resettet. Ah! Ah, okay. Hm. Oh Gott, der Turm! Warum schießt der auf mich? Weil du halt schlecht bist. Dafür töte ich dich. Das ist ja... ne Lüge. Denkst du? Natürlich. Okay. Denk ich nicht, weiß ich. Ich kann ja noch ein bisschen dorn. Du hast ein paar getötet. Finde ich... nicht gut. Ich rohne. Ich finde das Witz hier. Ah! 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 Und wie geht's dir denn so heute? Bist du eigentlich... Du bist Zorc, oder? Ja, natürlich. Okay, ich komme jetzt mal vorbei. Find ich korrekt. Oh! Ach! mach ich doch SHIT sehr schön nice gut gemacht ich dachte das wäre ein Death Taker wenn keiner weiß wenn du nicht den Traitor umgebracht hast kannst du ruhig sagen ja ich hab den Traitor umgebracht hat er doch erstmal ja ne doch ne hat er gesagt nein ich weiß nicht wer den Traitor umgebracht hat ach so er hat ihn wiedergelegt oh Gott boah Andi ich hab mir so an den Kopf gekriegt was ich dachte ich dachte wenn ich das steht da oben rechts wer wen umgebracht hat oder nicht nein das steht wer wen konfirmt hat ich dachte ich sag jetzt über die Wahrheit bevor ich lüge und end mich enttarn ich dachte du bist ja der Detlektiv das bin ich aber weißt du das bin ich INNOCENT 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 also ich bin INNOCENT also ich bin INNOCENT regt sich halt über alles auf ja wenn ich tot bin end regt sich über was auf end ist es ich bin bei end und bei Andi Pressure stand Pressure stand rum ja ich will hier jetzt das äh die sprayt man nochmal auf G ne jo in der Kantil liegt keine Shotgun oh ja das ist der Spray nochmal Pressure? no 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 oh echt da ist Andi oh das ist hier eine Galerie das Galerietreppenhaus was was end lebst du noch jawohl das klang grad zu komisch Zartex ist wieder kurz AFK gewesen ich mach ihn weg was kurz AFK gewesen ich mach ihn weg okay ich dachte er könnte weil weißt du zweimal stand er schon auf einer Stelle und da hab ich immer weggemacht und er war traitor jetzt war mein INNOCENT ich mach Andi weg ja dann mach mich weg Moment 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 er war einfach ein INNOCENT weil der weil schon zweimal stand er auf einer Stelle und Andi und Tresher ja aber er war dann hab ich ihn zweimal weggemacht er war immer traitor ja das ist die Begründung das war Zufall mhm ganz klar du bist doch immer der der die Leute wegmacht wenn sie auf einer Stelle stehen bleiben ja bei dir weil ich weiß dass du zu blöd bist ähm ja und er bisher auch immer ja hi tja wer wächst weber aus ne du mir okay ich vertraue dir mal Andi ich glaub dir mal das ist immer ne Fehler jemand zu vertrauen das glaub ich nicht dass du das wusst ich glaub ich bin auch hinter Andi sonst hätte ich ihn schon längst weg gemacht ich glaub Andi jetzt mal mhm das sinnvoll aber ich hab gesehen wie Xartex hier runtergelaufen ist ich weiß nicht wie kurz er da gestanden ist oder was? der stand auf Andis tot Andi ist gestorben aber er hätte doch gesagt du vertraut ihm ich war ganz woanders ich kanns gar nicht die W*** sein du hast gesagt du bist hinter ihm was mit Sorg ja das war von 30 Sekunden ja wieso ich ja keine Ahnung ich weiß ja nicht aber Andi hat ja wie gesagt der vertraut ihm ich weiß ja nicht Endis ist Endis ist Endis ist End hat auf mich geschossen ja ich wusste Endis im Waffenraum ja End und Seidel hey was? scheiße das ist einfach zu schlecht das ist nicht gut aber wenn du und? wenn du tot bist ne? das ist doch nicht Endis da musst du auch ruhig sein nicht noch so leise scheiße also das war nice na gut dann halt nochmal ich hab ne Errungenschaft bekommen one day wuhu geil so kommt er auch jetzt mit Radar vorbei oder? ja nur noch wir beide ne? was alter ha 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 ich weiß dass Seidel noch da war ja ich hab nix gemacht ja und Andi machte ich bin glaub ich nicht er ist ja sogar mit dem Radar nicht zu dir ja das ist also geil ne? ich guck mal den 2 an guck mal den 2 an guck wieder den 2 an dann werd ich gekippt boah Trasher hat 27 Punkte da muss ich jetzt aber mal aufholen ah letzte Runde ok das ich mach Trasher so oder so jetzt einfach wenn ich ne Waffe hab ha 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 ähm ich hab eh nix mehr zu verlieren ich hab nix mehr zu verlieren ich hab nix mehr zu verlieren ja direkt gewinn tue ich nicht mehr Anni gewinn Anni steht Anni steht Anni steht Alter Stratex hier Stratex innocent von wieder? jede Woche oder was? nein ich hab die noch nie gewechselt ich nix die Batterien immer raus dreh die hoch und wir sie wieder rein dann kommst du das sind die Taktiken Stratex 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 hm warum funktioniert so manchmal nicht das ist wieder ein Zitat von Andi ist das klappt raus dreh die hoch das klappt ich muss dich nicht sagen also wenn ich Trasher seh mach ich nur merken damit ihr bescheid wisst wenn du es jemand wüsst nein so ich bin bei Stratex ja ich bin bei dir ich halte dich auch fest wenn du fällst wo bist du dein Trasher? wo führt eigentlich dieser Traitor Raum hier hin? das sag ich schon hier gibt es einen Traitor Raum? ja den kann man doch öffnen mit ihm dieses komische große Tor ach da ist keiner da hab ich mich doch jetzt das mal selber getötet ja stimmt also ich seh einfach keinen Arsch hä war ich hier schon mal? war ich hier schon mal? mit Sicherheit mit Sicherheit? ah ich werd angeschossen von wem? von wem? ihr müsst mich kommunizieren ich hab's ja auch nur geschossen geschossen gehört ich bin bei Crasher hier ist einer gestorben ja ihr müsst sagen wer euch erschießt was war das? was war das? äh Ant hast du grad Zorg getötet? ich hab ihn grad identifiziert du Vogel hä? was denn? was war das für ne Granate Crasher? ich hab nix geworfen was war das Crasher? ich hab nix geworfen was war das? hallo Ant? wer schießt'n da? warte 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 doch warte doch mal Andy warte doch mal Andy ja ok ich warte jetzt ok Ant war in der Sand bist du Crasher war's doch sag ich doch ja Andy bist du ein ne ich bei dir weiß ich nicht ob's Blödheit oder Absicht ist weißt du was? wenn Ant Traitor gewesen wäre hätte er ja danach so vor dem oh gut was ist er noch? ach scheiße das ist aber dumm gemacht das ist Explosion das heißt es sind jetzt alle tot bis auf Xartex der Traitor ok Lüge knusper knusper alter das war mal ne Explosion oh Gott oh Gott hast du noch viele Leben? ja mehr als du glaub ich ist nicht so schön hast du ein Radar? vielleicht aber wo bist du? hast du kein Radar? nein echt nicht? nein ist aber doof dann würde ich mal eins kaufen vielleicht vielleicht glaub schon wie kommst du da rauf? oh man die gibt aber Mut die warte doch nächstes mal einfach ab wie Andi ihn halt wie Andi ihn halt wie Andi ihn halt wie Andi ihn halt ganz ehrlich warte einfach nächstes mal ab wie du dich einnullen lässt ja aber wenn ich auf eine Stelle stehe bleibe denn Radar hat es doof es geht darum was du nicht weggemacht hast aus welchem Grund ja weil du Cracher weggemacht hast ja Cracher war doch Traitor anstatt dass du wartest wenn du Traitor gewesen wärst hättest du mich kurz danach hier mit wegmachen können hättest du halt auf ihn gezielt aber gut vielen Dank fürs zuschauen tschüss tschüss